Die polykristallinen Zellen des Solarpanels liefern auch bei bewölktem Himmel Strom. Die Wandhalterungen an allen vier Ecken ermöglichen eine leichte Befestigung. Verbinden mit der Batterie mittels dem mitgelieferten Zubehör. Der Solarladeregler lädt die Batterie im Laufe des Tages auf. Nachts wird der Ladestatus der Batterie angezeigt. Beim Verbinden des OptiMate Solarladereglers mit der Batterie schaltet dieser sofort in den Überwachungsmodus und zeigt den Zustand der Batterie an. Beim Verbinden mit dem Solarpanel fungiert er als Ladegerät. Die Veränderung der LED-Anzeige gibt an, dass die Batterie gewartet wird und der Batterie in Pulsladungen zugeführt werden. Das intelligente 6-Stufen-Programm wechselt automatisch zwischen Laden und Überwachen. Verfügbarkeit von Informationen zur Batterie rund um die Uhr, an 7 Tagen der Woche, an 365 Tagen im Jahr. Das Solarpanel ist witterungsbeständig und kann im Außenbereich montiert werden. Das witterungsbeständige OptiMate SAE Steckersystem mit den OptiMate Kabelverlängerungen ermöglichen eine einfache Erweiterung des Ausgangsanschlusses. Das einzigartige, rund um die Uhr verfügbare OptiMate Solarwartungssystem ist in den Größen von 10 bis 80 Watt erhältlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. implойти bis heute. Die teaspoons-Maile wird überfältigen, das war es Bartekker Christian hier. Zumatzfeld ist das copper in der grounded geopolitischen Booten. Vielen Dank.